Ich wollte sagen, man kennt das natürlich klar, wenn man mal drinnen ist im Strudel, ist es oft natürlich leichter, einfach im Strudel drinnen zu bleiben. Ich sage dir nicht mehr, dass das einfach ist, aber es ist definitiv möglich und wie du sagst, der Ausgang ist immer da, man kann jederzeit diesen nehmen und das heißt jetzt nicht, du sollst deinen Job hinschmeißen und sagen, ich bin jetzt am Strand für die nächsten drei Jahre, darum geht es ja in keinster Weise, sondern es geht darum, einmal die Erkenntnis zu gewinnen, machst du einfach nur das, was immer vor dir liegt oder gibt es da vielleicht Möglichkeiten, siehst du Sachen einfach so, wie du sie siehst oder siehst du Dinge, die Potenzial haben und kommst dann dazu, das entsprechend in die Wege zu leiten oder überhaupt mal für dich selber über die Dinge nachzudenken, ob die eigentlich so laufen, wie du dir das vorstellen würdest. Also sprich, wie wäre es in geil, hat irgendwer mal so schön formuliert. Also wie wäre es in richtig gut und wenn du dann jetzt auf dich und auf dein Team schaust, ist das gerade richtig gut oder ist das mehr so ein, naja, das können wir nicht machen, weil und da drüben ist, naja, das haben wir schon immer so gemacht. Also die guten alten Klassiker, die wir alle kennen und da muss man sich mal selbst ein bisschen, noch gar nicht an der Nase nehmen, sondern erst einmal überhaupt feststellen, einmal bemerken, dass da noch Dinge möglich sind, die aber sich vielleicht verstecken.